Mein Name ist Oskar, ich mache eine Ausbildung zum Stahlbetonbauer. Hier auf der Baustelle lerne ich sehr viel über Betonbau. Die Kollegen sind hier alle sehr nett und es gibt jeden Tag aufs Neue gute Aufgaben und mir wird es hier noch nie langweilig geworden. Mein Name ist Daniel Süßenbach, ich bin Bauleiter bei der Zechbord Nieders in Bremen und gleichzeitig Ausbilder und zuständig für sämtliche Belange unserer Auszubildenden im Alltag. Wir sind ein starkes Team, wir sind mit viel Freude bei der Sache und würden uns freuen, wenn wir weitere Mitarbeiter für uns gewinnen können. Eben habt ihr noch unseren Ausbilder und unseren Azubi auf der Baustelle gesehen, nun sind wir im Baucontainer. Mein Name ist Nina Moorlüder und mein Name ist Kerstin Krause. Wir kümmern uns um die Themen rund um die Ausbildung bei der Zechunternehmensgruppe. Wenn ihr Interesse habt an einem unserer Ausbildungsberufe, meldet euch gerne bei uns oder schaut auf unsere Homepage. Wir freuen uns über eure Online-Bewerbung. Bis zum nächsten Mal.